Hallo liebe Kinder, das Lobi und ich senden euch liebe Grüße aus der Krippe und ich habe mir heute überlegt, dass ich gerne mit euch das Fingerspiel von den 5 Mäusen machen möchte. Und das geht wie folgt. Das ist Mama Maus. Und Mama Maus sieht aus wie jede Maus. Hat ganz große Ohren, eine spitze Nase, kuschelweiches Fell und so einen langen Schwanz. Das ist Papa Maus. Auch er sieht aus wie jede Maus. Hat ganz große Ohren, eine spitze Nase, kuschelweiches Fell und so einen langen Schwanz. Das ist Brudermaus. Sieht aus wie jede Maus. Hat ganz große Ohren, eine spitze Nase, kuschelweiches Fell und so einen langen Schwanz. Dann kommt Schwester Maus. Und auch Schwester Maus sieht aus wie jede Maus. Sie hat ganz große Ohren, eine spitze Nase, kuschelweiches Fell und so einen langen Schwanz. Dann gibt es da aber auch noch Baby Maus. Baby Maus sieht nicht aus wie jede Maus. Hat ganz kleine Ohren, eine kleine Stupsnase, struffelweiches Fell und so einen Schwanz. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich gehabt. Und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Tschüss, liebe Kinder.